Kamera läuft für Bild-Zeitung Hamburg. Ja, herzlich willkommen bei Bild-Zeitung Hamburg. Das ist jetzt die zukünftige Prinzessin von Swarovski. Momente des Schenkens. Swarovski. So, Swarovski, wenn ihr das jetzt gesehen habt, könnt ihr mich auch gerne sponsern oder ich kann für euch Werbung machen. Wenn das jetzt meine Prinzessin wird, meine Schlossprinzessin, dann habt ihr auf jeden Fall gute Karten mit mir. So, jetzt möchte ich nochmal kurz aufstehen, weil der Hund hier nach was Essbarem sucht und nicht nach Swarovski-Steinchen. Die sind nämlich da im Plakat. Es geht heute um den Schiedsrichterassistenten beim Freiburg-Spiel gegen Sevilla. Und zwar ist er zusammengebrochen. Was war da los? Ich habe es gar nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Jetzt halt auch eben auf bild.de gesehen und ja, ich weiß gar nicht, warum der zusammengebrochen ist. Also ich habe mir das jetzt nicht so weiter angeschaut oder durchgelesen. Was meint ihr dazu? Ist das nicht besser, wäre das nicht besser, wenn der Schiri zusammenbricht und der Assistent ihn dann aufhebt? Oder ist es andersrum? Nein, es soll natürlich keiner zusammenbrechen beim Spiel. Aber bei Freiburg war das jetzt so, er ist zusammengebrochen und ja, was dann weiter war, weiß man ja gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht habt ihr das gesehen, kommentiert und abonniert mich. Also, ich implicit habe das unsafe.